alter wo geht denn man geht in der mitte mit dem dinge nicht verarschen seriously mit dem mit dem komischen kopf da aber mal kampf raus ich kann ja gar nichts machen wie schnell die alle sterben hier aber jetzt erst einmal das gleiche ereignis machen hier irgendwann wird das morgen schon dabei sein wenn ich dann nächstes jahr wo sitzt eine fesseln ich weiß nicht einfach raus anscheinend so guten abend erst mal gax ja gax oder nicht du bist auch so ein gax gax klacksle grästi servas do you really want to be banned forever for ever i said ever ever never ever im nie hat ein neues video aufgeladen bin es mal eben schon bis gleich alles klar wer oder was auch immer das ist viel spaß damit und kommand nein ich glaube ich erkenne das gar nicht wenn es droppt ich probiere das halt seit 2007 glaube ich was ich immer kannst du bloß einmal im jahr machen und bei dir alles fit tipptippe ja passt muss doch weißt du doch irgendwie schon gell ja freilich mein kleid ist gerade vorhin freiwillig ins bett gegangen alles super echt sachen gibt es einfach so ja der ist gestern erst um halb eins ja wer ist doch es war freitag ja ist doch nicht schlimm oder nö er hat doch sowieso jetzt die hohe ferien deswegen scheiß drauf boah mani warum musst du jetzt gerade so interessant sein gags schon gell wieso gehst du jetzt weg oder wie ich will auch kirmes ist dann das programm ich bin wieso bin ich interessant du was schaust du denn nebenbei noch was du interessant findest kann nicht ich sein so viele männer hier und pupsi ja danke lieber gagsgott ja viele unbekannte stimmen hier im stream heute die zuschauer werden immer weniger nur noch 24 hat sich alter der micro was machst du hast du das gehört nicht nur ich die ganze welt konnte es hören ich habe extra push to talk eingestellt ich habe gerade und dings da gehört jetzt ich nicht mehr totenstille ok alles gleich ich habe es vergessen richtig zu bestätigen hast du eingestellt und nicht apply gedrückt oder ok oder sowas ja das kenne ich oh gar keine addons hier aktiv gags kannst du nicht spielen hier ich musste immer hin und her loggen von verschiedenen jahres um mehr mehr möglichkeiten zu haben wenn es einmal droppt dann ist es ja für alle aber immerhin habe ich ein baby erfolg bekommen mit dem letzten spiel voll cool bin aber jetzt feiern alles klar nfs viel spaß beim feiern fangen wir von unten an fangen wir von unten an ich bin dann tusten voll verwirrend voll verwirrend ach nö hier ist gar nichts eingestellt oder was boah das ist ja fies das ist echt böse wenn du so lange Zeit einloggst und irgendwie die ganzen einstellungen wechseln die du vorgenommen hast in den letzten jahren das dauert immer ewig das alles wieder einzustellen muss ich euch in dir mal sagen hier bin wieder da nur so ein neues intro wb juhu da müsste das sein hier ja jo ist richtig ist richtig aber die ganzen spells oh ist doch ist doch für die katz wenn hier alles verkehrt ist ne 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 das show schon mit die buttons an aus und geht's wieder ich habe mich schon voll gefreut cry hab ich mir schon voll gefreut berlin block back ich muss erstmal die ganzen sachen auf die taste tun die ich gewohnt bin das kommt her das kommt ja das ist richtig das kommt da unten das kommt auf shift g das kommt aus das kommt auf e schon alles verschieben hier sieht voll verwirrend ausführen für jemanden wir wenig kennt was ich immer da kannst du ja fast wirklich dein ganzes tastenfeld belegen oder klar ich habe nicht genug tasten für sowas ich habe nicht genug tasten für alles ich habe nicht genug das ich stehe auf du stehst zu 100% auf gags geiles dachte ich mir war super hellzeit wird es oder endlich mal eine wahre aussage im chat außerdem also im prinzens wünsche ich dann auch wir wünschen wieder hier formel 1 waren geile sache der ist bereit macht nex posten wie die lol gags das stand doch da ist das habe ich schwarz auf weiß ja oder lila auf auf schwarz oder wie auch immer du schreibst wo ist ein schatten überhaupt tot das brauche ich nicht brauche ich nicht hier ist da genau das da sagt da ist müsste schatten dort tot sein auf v das ist auf g den komischen ding dahin das haben wir doppelt ja das müsste dann schon passen immer mal kurz außen einloggen nicht dass es sich wieder weg tut ps chatbot ist an ich bin jetzt weg morgen viel los eigentlich nicht aber sie ja alles klar servas bubs die messe wirst du beischauen bis zum nächsten mal hast du mich immer mehr im leben lustig was mit wau sind die leute weg war war nie wirklich so viel heute abend da sag ich mal so 30 oder so also jein ich hab ja auch inzwischen spiel noch durchgewechselt weil ich immer ein paar sachen anlegen musste ist ja ist halt so und letzte woche ziemlich viele racing fans gewonnen hier wenn formel 1 wieder kommen dann kommen sie alle wieder würde ich auch gerne wieder spielen oder so aber meine hand tut weh und das ist kage ich kann ja auch das mikro hier ausmachen solange ich nicht quatsch im raid call mit dem nicht doppeltest du hast du die mitten tun ich an ich habe streamt um ausgemacht na okay dann passt ja das bin ich schon gewohnt vom teamspeaker dass da eins ausmachen muss was ist denn eigentlich neues bei wo w gekommen weil das jetzt doch wieder relativ viel gestreamt wird ach so patch 602 prepatch für neue addon also du hast schon die talente die du in einem addon hast die ganzen sachen sind umskaliert also es hat die neue addon du bist nur level 90 und hast das neue gebiet noch nicht sonst hast du alle schon aber nicht die neuen beruf und nicht die neuen gebiete sondern die ganzen talente und alles umgewurschtelt so ich gehe jetzt wirklich mal raus auf die kirmes will mich vom besoffenen verklaufen lassen alles klar viel spaß und hey vielleicht haust du mal zurück viel spaß man lieben jeder wie es verdient war jeder wie es verdient wissen aber jetzt nach krim ist es nicht schon fast zu kalt dafür menschen ich weiß nicht was ich entspannt hier alles einbindet ich weiß nicht was dann ist es was dann ist es sind das darin genommen in seiner t spannend wahrscheinlich wieder zu sehen ich bin jetzt lange weg wie du bist nicht lange weg ich dachte du bist lange lange weg und hast ganz ganz viel spaß würde ich dir gönnen hier oder was sagst du doch toll schieben naja ist ja so genau sind wir die wir auch nicht gewohnt von mir dass ich zum beispiel aber wie gesagt kommt ihr neues erdonner aus und ich zeige alles was neues und das gehört hat dazu heute früh war es ganz ganz krass habe ich kurz gezeigt warum da habe ich so komische waren schon coole leute drin hier haben ja nichts gesagt ich habe nur gesehen dass sie gejoint haben so andere größere sag mal was sind die denn heute alle so freundlich wo denn hier im chat ich komme rein kriege ich gleich vollends auf den deckel spart die schreibt gegstirb was ist denn heute kaputt haben wir irgendwas verpasst das sind meine wir so sind sie so liebe ich sie ja da bist du das nicht gewohnt hier so richtig wenn es hart auf hart kommt hier dann geht es rund hier also so eine begrüßung hatte ich bis jetzt echt noch nicht gehabt dann sei mal auf das nächste mal gespannt zwitsch zu viel akku kannst du es denn nicht irgendwie anstecken an ladegerät lade zeitgleich und schauen oder geht das nicht er sagt ja auch immer normales langweilig wenn dann achtdeutig zweideutig ist auch schon öde hier langweilig jetzt hier das ist ja hier nervig gerade sieben minuten muss ich warten sieben minuten muss den Text warten hier auf den Scheiß da verschieben zum Glück habe ich nicht viele das kann ich jetzt noch machen bis zum ersten November dann ist vorbei dann muss ich dann ja warten es nicht klappt was ich hier mache ich habe glaube ich dann schon schon durchgegangen ich bin jetzt auch US da habe ich auch dann schauen wir noch mal kurz ich bin jetzt hier